Achso, und damit, ne? Welcome back und so, ne? Fick dich, Ecke. Ne, warte, Handy, was sagt die Dings-Talk immer? Hey, Girls. Hey, Girls. Hey, Girls. Hashtag Hello. Was geht? Sag's nicht. Okay, Nick, hier, mein Team-Partner konnte nicht hochladen, weil Internet-Probleme hatte. Achso, okay. Keine Ahnung, hoffe man nicht. Die Regel? Wahrscheinlich. René. René. Strike und ich bin nicht verschuldet, oder? Haha, ja. What up? Oh, tsch-tschuldigung. Tschuldigung. Ich bin irgendwo im Kugel. Quank tot, what up? Wisse ich, du willst nur diesen scheiß Kill machen. Hey, wer ist das da? Handy, nimm sie aus der Hand oder ich geb den Headshot. Jäcker. Ich lauf hier am Arsch der Welt rum, ne? Nimm sie aus der Hand. Nimm sie aus der Hand. Jetzt nimm den Pogo-Stick aus der Hand. Alter, willst du mich verarschen? Oh, Chiro. Oh, Chiro. Ich hab das gleiche gemacht wie du, ich hab bloß nicht so gutes, ey. Ich hab bloß gekickt. Hey, what the fuck, why? Scheiße, er hat auf mich geschossen. Ich hab nur halbes Leben. Ich hab nur halbes Leben. Ich hab nur halbes Leben. Ich glaub, Hendrik ist es. Ja, okay, Emil, ich komm. Gib mir her. Gib mir her. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Also ist hier schon ziemlich weg. Weg. Ja, so sehe ich es Proven, ne? Es Proven, weil er einen gefilter hat. Ich glaub, Hendrik... Achso, war er ein Traitor? War er nicht. Alles, wir haben nur einen Traitor. Ich mach das jetzt auch... Siehst du, genau deswegen. Kein Traitor würde versuchen, so jemanden zu töten. Ich glaub, Hendrik hat es so versucht. Versuchts. Ähm. Aber. Guck mal. Wenn ich tra... Lukas hat ihn zuerst angeschossen. Ja, er hat halbes Leben runtergemacht. Dann wollte ich ihm eigentlich nur einen Shotgun-Schuss geben. Und hab ich ihm aus Versehen Henrik gegeben. Du was aus meiner Sicht. Mir egal, wie ihr das seht. Wenn Lukas halt dann war, du bist tot. Aus deiner Sicht... Hacking ist ne Bulli... Henrik ist gestorben, weil ne Bulli-kugel gegen ihn gestoßen ist. Wer hat die Bulli... Bulli-kugel... Jonas, hast du Bulli-kugeln hin und her geschmissen? Wie ein Sniper-projektier, Nick. Wtf einfach. Wtf einfach. Nick, wieso sieht die Bulli... Boah Lukas, du bist tot. Halt die Fresse. Wieso sieht sie aus wie ein Sniper? Lukas, du bist tot. Halt deinen Maul. Ja, halt du deinen Maul. Du bist tot. Ist so. Alter, Jäcker schießt mich an. Ich guck. Ja, aber Traitor. Lukas, wenn du tot bist, musst du die Fresse halten. Du das nicht mal... Achso. Doch, musst du. Ich kann das gerne machen. Wie... Ja gut, dann spielen wir den nächsten Abend im Channel mit, als die... Als du... Du nur noch über In-Game-Tests von TT. Nö. Ja, sorry, aber ist so. Ich überdacht, er ist abgauen und er ist mich schon vorher getötet. Oh, er ist halt keine Pussis. Ey komm, warum spielst du mal TT? Da hab ich jetzt einmal mal gelabert. Ich hab... Ich hab nicht mal... Irgendwie was zum Spielen. Ich dachte wirklich, Lukas lebe ich wieder. Aber es sind die Spielregeln, dass man nix sagt, wenn man tot ist. Ja, oi Jonas, du dich jetzt auch noch. Ja, Lukas, nur weil du jetzt falsch gespielt hast. Ich muss das rumheulen. Nein! Sie... Warum hör ich mich doppelt? Ey Henrik? Bist du gestorben an der Bowlingkugel? Ich weiß nicht, ich war auf einmal tot. Ja, Henrik hat das gesehen, du bist von der Bowlingkugel nicht. Ich hab ihn abgeschmissen. Hä, ich hab ihn auch abgeschmissen. Das war meine Bowlingkugel. Das war meine. Nein, ich hab gekickt. Das war meine. Das war meine. Das war meine. So Jungs, jetzt gehen wir Bowlen. Alter, komm! Komm mal hier, hier ist voll der Hacker. Nick, komm mal hierher. Fuck, Pudel. Äh, Waffenlager oder wie das Ding heißt. Was? Hier ist so übelst der Hacker. Oh! Ich mach den mal eben weg, dann sieht so aus, als würde ich hacken. Warte, Hacker. Ja, der kommt! Der kommt! Wo denn? Ist der Typ draußen oder was? Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, nein. Komm mal hier mit. Was für ein geiles Programm, der da hat. Ja! Ich kann auch weggehen, wenn du willst. Wenn du dich dann sicher fühlst. Ich weiß nicht alle. Oder die Eingabeaufforderung. Das ist nicht besonders. Hacker. Nehmen noch alle? Wow, Hacker. Wow, wow. Du hattest jemand draufgegangen. Lukas, was steht? Ja, Lukas. Lukas. Lukas war auf den Toiletten. Jonas, Jonas ist der bei dir tot. Lukas war auf den Toiletten. Nein, aber du hast geredet, Jack hat geredet und Nick war direkt hinter mir. Lukas war auf den Toiletten. Wer kam aus den Toiletten? Oder wer ist noch auf den Toiletten? Ich bin grad in den Toiletten. Dann bist du es. Jack ist. Auch Jonas. Ja, na klar. Ich hab's ja auch angesagt, ne? Ja, aber Lukas war AFK und wenn er tot ist, musst du's gewesen sein. Ich hab's doch angesagt, dass da grad jemand gestöhnt hat. Was? Ja, aber vielleicht hast du's auch mal nur gespürt, keine Ahnung. Uhhh. Er war auf jeden Fall nicht in den Toiletten, Nick. Was? Er war auf jeden Fall nicht in den Toiletten. Ich geh da jetzt nachgucken. Hatte dich denn mal jemand confirmed? Oh, das ist ne Fake-Gleiche von Lukas. Er war ja nicht in den Toiletten. What? Er war nicht? Am Anfang war er auf jeden Fall in den Toiletten, da stand der AFK rum und der Pippen quasi zwar noch, aber bis dann hab ich ihn ja gar nicht mehr gehört. Was'n das hier? Der LK. Pass auf mit ihm hinten. Vielleicht lässt er nicht mehr was. Er war auf der Frauentoilette, da wohl hingehört eigentlich. Oder ist er nicht. Okay. Ja, aber wo ist er dann? Ich weiß nicht, wenn ich Zapp drücke, ist er bei mir nicht tot. Ja, aber wir drei reden, oder wir vier reden, und er einfach nicht. Er muss tot sein. Na, vielleicht ist er auch später. Hallo. Ja, ich... Ich hätte jetzt... Alter, ich... Leute, Jäcker... Mein Ernst. Ich hab immer wieder Bowling-Cooking getötet. Oh mein Gott. Egal, ich komm färbeln, wenn ich... Ich geh kurz drücken. Ja, ich muss kurz hoch. Oh ja. Hedrick, hast du das? Verdammt. Immer mit Bowling-Cooking getötet zu werden. Das ist geil. Jonas? Ja? Falls ich gleich sterbe, ist es Jäcker, weil... Ich lebe nicht. Ich will... Hedrick schreibt, fuck dich. Fuck, fuck dich. Alter, ich muss doch mal dringend pissen. Das dritte Mal wollte ich schon getötet. Hä? Du wurdest doch jetzt zweimal getötet. Jäcker, was nicht... Du nicht noch weiter. Ey, Jonas, 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 hau ab. Hau ab, hau ab. Okay. Jäcker schießt. Aber nicht auf mich. Jonas? Ja? Jäcker? Henrik, zeig mir den Weg zum Traitor. Oh, Henrik, Henriksson, zeig mir den Weg. Mann, jetzt bräuchten wir einen, äh... Zeig mir den Weg zum Traitor, Henrik. Hallo. In die Richtung? Nick, hast du schon mal... Was? Hast du schon mal... Hast du schon mal... Wenn ja, dann hüpfe einmal hoch. Hast du schon mal... Wie heißt der? Einmal hochhüpfen. Lukas gesehen? Wenn der Traitor ist. Wirklich. Am Anfang in der Preparing-Phase habe ich den auf dem Kloß gesehen. Okay, der ist... Und hier rollt ne Kugel. Der ist nicht Traitor. Hier rollt ne Kugel, Jonas. Das ist locker Lukas. Warte mal. Und hier rollt noch ne Kugel. Das sind locker beide. Dann ist Jäcker. Jonas ist es. Hä? Jonas ist es. Hä? Jonas ist es? Ja! Ich bin's nicht, Nick. Ich bin's nicht. Vertrau mir, Jäcker. Wir leben nur noch beide, Alter. Du Schwuchtel. Jäcker ist es. Und Lukas lebt auch noch. Nein, Alter. Nein, was? Wie soll ich denn gehen? Oh, nein. Oh, nein. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Auf einmal kommt zwei Kugeln. Lukas lebt auf jeden Fall noch. Du bist ein bisschen draufgegangen. Hast Lukas dazwischen durch die Verbindung getrennt? Jäcker, ich hab dir doch den Weg gezeigt. Nein, ich hab nichts gesagt. Oh, ich würde sagen. Oh, das ist zu lange her. Ja? Doch. Ja, ich hab grad auf den Fairslock geguckt. Oh, oh. 17, 14. War vielleicht noch ein bisschen länger her. Ich pass nicht. Ich schmeiß dich. Oh, nein. Das wird jetzt gerandom gekillt, weil er gerade Traitor war. Jo. Hört ihr dazu nur ein, ne? Ich, 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 ich kill jetzt wirklich einfach, weil er mich zwei Mal mit der Bowlingkugel gekillt hat. Ich hab die nur einmal mit der Bowling. Das andere Mal... Hey Lukas, wo bist du denn verreckt? Tür. Tür. Tür hat mich getötet. Welche Tür? Ja. Lel. Welche Tür? Von so einem ganz verborgenen Raum. Oh Gott, ihr hättet mich wahrscheinlich nie gefunden. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Meinst du da, wo diese Art Traitor-Tester? Ich zeig's dir. Wo bist'n du? Das ist nicht hier. Hier, ich... Wisst du, bist du das? Ich bin grad auf der Bowlingbahn. Ach so, das ist Nick. Wisst' ich. Ich renn' grad zu diesen Waffen. Warte mal, Hendrik. Du hast mir ne Waffe, Warte. Ok, Nick kam mir grad den Gegner. Das heißt, du bist wahrscheinlich hier irgendwo. Hehe. Okay. Ja. Du bist von der Hälfte, weil ich komm so rein. Ja, ich bin jetzt in diesem langen Flur. Ja, ich komm jetzt... Ja, lang hat irgendwas mit mir. Warte, komm mit. Die Weg haben. Oh, ich war ja lecker. Haha. Wie eine gute Taktik. Warte, du stehst da? Ich. Hier. Warte, mach die Tür jetzt nicht zu. Weil die... Die hat mich so... Das war halt der Hohensinn. Von daher, hättet ihr mich wahrscheinlich nie gefunden. Alter. Das ist so... Ah, halt ein Ring. Gefährlich hier. Komm her, Hendrik. Hör auf jetzt mit Bowlingkugeln rumzulaufen, Mann. Mein Present for you. Alter! Present for you. Hörger, wenn du dich aufst, knall ich dich gleich ab. Hörger, eine noch und... Knall dich ab. Niemand stellt sich, wie dick es ist. Ne, loll. Hey, ich schließe auf die Bowlingkugeln hin, um die zu bewegen. Hendrik, niemand stellt sich zwischen mich und meine Bowlingkugeln. Wenn du noch eine machst, dann knall ich dich weg. Ey, das könnte eine Frau auch sein. Du hast das Killed für dich, ich hab jetzt auch. Ich will noch eine schmeißen. Nein. Alter, das ist so hobbylos. Eine noch. Nein. Okay, Hendrik ist es. Der hat mir auf 60 Schaden runtergekloppt. Oh shit. Alter. What the fuck, mach den Crow Bomb. What the fuck, Leute? Auf Hendrik. Hendrik ist es. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Henni, ich hab nichts gemacht zu dir. Ich hab nichts gemacht zu dir. Euer Ernst, Leute. Okay, na, quit. Ich hab noch einen HP. Ich hab noch einen HP. Scheiße. Ey Leute, ich hab ihn nicht getötet. Ich schmitte meine Bowlingkugeln. Das ist echt so. Ich hab ihn nicht getötet, das heißt. Ich hab mit auf ihn geschossen. Ist das hier nicht ein Traitor-Raum da? Das hier? Ja. Henni, bist du diese Kugel hier? Henrik, führ uns den Weg zum Traitor. Ich hab grad Henni in der Hand. Bin mir grad nicht ganz sicher. Nick, ist das hier ein Traitor-Raum? Oder ist das hier Henni? Könnte auch sein. Henni. Henni könnte das alles so sein. Leute, Leute, Leute. Ich check mich nicht. Ne, das hier bist du. Das springst. Ah, danke. Woah, woah, woah. Alter, Leute. Alter, Jaka, warst du das? Jaka? Jaka? Jaka hat grad einen Melon-Launcher, äh, euer Ding spiel. Jaka? 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 Ich schwör, wenn du das weißt, kehr ich dich. Ich weiß, dass du ihn schon gekillt hast, die Mongo. Bitch. Der hat einen Melon-Launcher. Hab ich sogar aufgenommen, Alter. Jaka, was klopst du mich auf 60, hab ich runter auf. Ich hab dir gesagt. Sie haben sich nicht auf, 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 auf. Niemand steht sich zwischen mir und meiner. Oh. Oh, den Kugeln. So, wie kannst du das jetzt nicht? Das wir dich verbestenzen. Verbesten. Ey. Wunderschöne, ey. heavy wie benutzt man das wirklich auf dem d ach so auf dem magen die sich aber richtig ich glaube die ganze zeit und habe gemerkt dass ich mich gut ich habe die runde auf genommen die ganze mit einführen einfach nur eine runde aus der sicht des traitors ich weiß nicht so traiter speziell müssen wir gucken ob ich mir die arbeit dafür machen um das daraus zu suchen ja das kann ich auch machen sonst ich habe mich einfach aufs zeichnen lukas will einfach im internet seiten alle das irgendwo draufgegangen er liegt da rum ich rede nicht mehr was die gehen mir ein toter der hat falsch angestorben ich wusste noch nicht mal was ich war ich wette mit dir eine bowlingkugel oder liegt dir eine bowlingkugel irgendwo ne alter jacke eine noch ne hab ich gar nicht mehr drauf ich höre auch ich freigate kein noch ein mit warte fach henrich ok jonas aber die waren beide look lukas hat jäger getötet ja lukas hat die beide getötet oh 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 jonas Was, du schießt auf... Ja, f*** ich es, Jonas. Ja, ich find's witzig. Aber ich hab kein Geld mehr. Fail. Jetzt muss ich jetzt auf meinen Nahkampf gehen. Ich auch! Ja, fuck, ich hatte keine Muni mehr. Boah, war der Knob, ey. Alter, Jage, was machst du denn die ganze Zeit? Weil ich sag dir das 3.000 Mal. Lukas, das war der schlechteste Vorwalt. Ja, ach nee. Lukas war ganz weit von tot. Alle haben das gesagt. Ja, alle. Ja, aber Nix hat mir kurz glaube ich noch geglaubt. Karma, Anja. Du hast in dem Moment, wo du das gesagt hast, hast du auf mich geschossen. WTF? Nö, ich weiß. Du hast eine 600-Karma. Ich mach richtig viel Schaden jetzt. Der kann sich gar nicht mehr zwischen mich und meine Bodelkugeln stellen. Ja, kann ich wohl. 600-Karma? Nicht mehr. Das auch kann ich. Bei meinem Server kriegst du ab 600 kriegst du Bann oder so, ne? Ja, kann man einstellen. Das war auf die meistense Menze. Ja, gern stell, geh mal kurz raus und stell das ein. Bin ich auch. Samin, dann. Das dabei wird, stopper. Jonas verfolg mich nicht! Jonas verfolg mich nicht! Jonas verfolg mich nicht! Jonas verfolg mich nicht! Jonas verfolg mich denn! 23 dass die maris logik gar nicht sterben bei kugeln das noch und dann ist schluss sonst kann ich weg ok jetzt habe ich nicht gern wir gucken was passiert so hier bist du ja ein rück schießt auf mich ich mach mal ein hole dem auch deine mutter jonas ja wo bist du auf der bodenbahn ist denn hier reingegangen jetzt schießt sich hier warum war das beste kam hat was es auf der erde gibt henni wieso steht bei der namen darunter ich vorher ganz viele leute abgeballert hat weil er gar nicht die ganze boden kugeln vor allem das werde ich mal als kill von mir abgerechnet das ist geil wo ist jonas leih hilfst du noch? ja. hey hennrich lass mich alleine smoken. warte bleib mal da sitzen eh designer Ah Alter ich bin fast tot,ich bin fast tot. Ich bin fast tot Jakob wallers Alte nosotros ist dann der wer war es? Erik was hendrik dann lass mal jonas oder jonas war ich wollte eigentlich am anfang hendrik wegknallen keine ahnung gewollt die kam als ich verbessere immer zwischen mich und meine bowlingkugeln bin ich auf dem ender ich mache ein experiment mit dir ohne kackner weg hätte ich jetzt ist die feier jetzt aktiviert worden oder was nein noch nicht ich bin mal kurz pissen wer ist da gerade ein traiter scharf okay lol nein mal neun schon so ne krass ja das war alles anders einfach mal ein bisschen zu machen machen er wo es kommt online und äh ja er wo es ist okay ich werde auch aufzunehmen ciao 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 ciao